Jo, und somit sage ich schon mal Hallo und grüß euch zu unserer nächsten Aufnahme und zwar Team Deathmatch. Hi, hi. Hi, hi. So, wir als Team Deathmatch müssen wir glaube ich nicht erklären können, aber aus unserer Folgen. Wow, das wird voll wie einer wegspacken. Ja, das ist bei mir auch passiert. Die brennen, die brennen. Auf jeden Fall, also wir haben ja gesagt, wir spielen jetzt. Bitte? Wo macht man hier die Konsole zu? Keine Ahnung, mit E? Na, mit E, ich bin da. Ich bin in der Konsole. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das jedes Mal glaubst, dass du in die Konsole reinkommst. Bei jedem fucking Spiel zur Zeit. Du, wir müssen zwei Runden raus machen. Wieso? Ich kenne nicht, dass die Konsole aussehen. Bei mir gibt es gerade Konsole-Action vom bekannten. Hast du das? Jawohl. Ich meine, die Konsole. Ich habe ein PS. Egal. Auf jeden Fall. Ich bin dafür. Hör mir jetzt, wenn du die Konsole nicht zunkriegst, das ist dein Problem. Nein, das ist nicht mein Problem, du musst mir helfen. Ja, warte mal, drücken wir die F-Tasten durch oder was? Nein, warte mal. Schlechte Idee. Warum? Naja, weil bei F9 und F10 ist es vorbei. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Ich habe nicht drückt. So. Auf jeden Fall. In Damage, wir wissen Bescheid. Ja, wir haben ja schon intern ein bisschen Hummel diskutiert, was uns am meisten gefällt. Ja. Ich hätte es als Abschluss gemacht, welches Spiel wohl so gut für mich nicht. Hä? Und ich hätte es als Abschluss gemacht. Achso, ja gut, dann machen wir das als Abschluss. Wir haben schon mal vorgeplauscht, sowieso so. Und irgendwie stirbe ich die ganze Zeit. Halbzeit. Wir müssen mehr Druck machen. Nee, ich stirb die ganze Zeit nur. Kann man Druck machen, was man will. Ah, ich habe schon gewohnt. Wir können weiter spielen. Auf... Aha, okay. Auf jeden Fall, was ich jetzt schon sagen kann. Ja. Ja. Es ist wie bei Call of Duty. Wenn du mit im Spiel einscheinst, dann ist das scheiße. Das ist ein Mann. ja 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 Das ist ein anderer Bürger. Mein Interesse, warum ist das für uns da? Liegt zur Hölle. Der sieht aus. Alles ist ausgeschöpft. Ich weiß nicht, wo es ist. Ja, die tut es. Ich bin ein Ablemer. Ich bleib mich mit. Ich bin ein Ablemer. Ich bin ein Ablemer. aber es ist trotzdem so ziemlich gleich wie ein politiker durch hinten ist der Oberschritt anscheinend wohin wir gehen weiter? also ne wir gehen scheiße Arsch er hat ja nie mehr Zeit die Schaufel war der Schitz alle gehen wir her ja heben wir auf weil da oben steht an dem Fenster ich sehe nicht sein David irgendwo soll ich raus bleiben hab ich ja ja ich hab den grünen aber ich hab die verfolgt ich hab ihn nicht mehr der Mind hat so gut wie gewonnen irgendwie geht die Sanis ja ganz selten auf ja 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 ok ich bin scheiße nicht zu viel also Team Dashmatch das müsstest echt glaub ich da müsstest trainieren dann müsstest du ja wieder wenn ich nicht mehr größte einkommen muss und alles dass es da schon geht das ist ja doch verspert mich irgendwer mit dem Weg weil ja das war ihr danke oh Ok direkt. Das hätt ich mir früher sagen können, weil ich den Fall umschallt. Ja, ich hab's gesagt, sobald ich gestorben bin. Ich hab nicht gewusst, dass der Schubblindenkopf hatte sehen, was ich jetzt gesagt habe, sobald ich gesehen habe, was der war. Aha, ich hab's gesagt, sobald ich gestorben bin. Wo ist oben? Ja, da wo ich gestorben bin. Wo bist du gestorben? Wo alle jetzt noch spawnen sind von uns. Ah! die hälfte der zeit war eine konsole deswegen war ich scheiße die schrubfläten sind ja genau so nervig aber ich bin da ganz schön brav unten und aber nichts zu melden ich finde es ja krass dass hier auch maps gibt die was wirklich in die operationen noch nicht vorkommen auf zim des menschen zum beispiel weiß ich nicht ob man da wirklich dingxane spielen soll ich glaube wenn es die i-bunker seiner haus da hat es gut gehen und ich glaube das ist sogar recht legitim dadurch dass die mauren alles zerstören kann oder was sagst du dazu relativ ich weiß nicht es war mir jetzt alles zu hektisch beim einstieg schon ja ich kenne die karten nicht wie man lauft am besten das ist halt alles ja die karten haben wir erkennt das ist das hau problem ja aber wir wissen nicht wie man auf so hängen raum rennt wie die bei team deathmatch drinnen operation ist was ganz was anderes da geht es mehr ums taktische und nicht ums mitzeln krass aus taktische schauen meiner meinung nach weil du hast einfach die möglichkeiten durch den sani durch den auch munitionierer durch den scharfschützen und durch den sturmsoldaten die was jeweils für andere sachen geeignet sind ja ja aber das merkt ohne weg gestartet ich mache mal versorgen ich weiß nicht wo hat man da hartmine nein ich glaube nicht für was denn hast du keine patzer okay Ich geh mal da durch. Ich laufe den mal hinten nach wo der ist. Aha. Ich trau mich da gar nicht schnell um die Gute zu gehen. Ja, wie gesagt, wir sind noch nicht wirklich gewohnt, das Spiel. Der Feind liegt in Führung. Mut! Der Feind liegt in Führung. Unsere Seite liegt in Führung. Unsere Seite liegt in Führung. Fack du! Hier, erste Hilfe! Geh doch noch einen Blick. Stolz auf mich. Der Feind liegt in Führung. Der ist nicht gewohnt. Damit kommst du auf die Beine. Der Feind liegt in Führung. Du hast dich gehing. Du hast dich gehing. Du hast dich gehing. Das ist ein Blick. Ich hatte dich. Der Feind liegt in Führung. Der Feind liegt in Führung. Der Feind liegt im Führer. Ich seh mir die Wunde an. Ich bin eigentlich wie hoch ich vermacht. Keine Ahnung, was haben wir mit. Der Feind liegt im Führer. Ja, keiner weiß ich. Nein, 4 gegen 1 ist unten. Ah, das war base. Genau wo ich wegspielen wollte. Wow. Sani hiebt mich auf. Er hiebt mich auf. Ja, wir haben einen Sani, der hiebt mich auf. Das ist ja nicht recht zu tun. Nein, er hält mich. Nein. Jetzt ist alles offen. Entschuldigen Sie, er ist gut unterwegs. Ich hab nicht hineingegangen, ich wollte dich lüften. Ich war in der Galeine gegangen, habe ich ein bisschen ungeschaut. Jetzt ist ein großes Dynamit reingeschlungen und hat kaputzt gemacht. Da rennen zwei Homme, ich gehe zu denen, die was die zwei dran rennen. Ah, das ist die Dune, eine andere. Erste Elfe, nehm schon! Danke! Hier ist die Granate! Hier, meine erste Hilfe! Ich habe auch schon! Der Feind liegt in Führung! Aufpassen! Oh! Der Feind liegt in Führung! Der Feind liegt in Führung! Danke! Der Feind liegt in Führung! Ich bin mit dem Modus ganz klar. Ich glaube, du warst da, wo ich stammel bin. Hi! Er ist der Elfe! Nimm schon! Lass uns mal ein bisschen fahrreißen, meine Beziehung! So, gute Action! So, kommen wir durch raus! Ja, du gehst frei rein! Na ja! Ich sehe mir die Waffe! Aua! Ja! So hoch! 15, da bin unser Sani. Der hebt mich sicher auf. Ah, kommt nicht. Kim! 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 Geht's auf! Ja! 2! 2! 3! 4! 3! 5! 5! 5! Ja! 5! 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 6! 6! 5! 6! 1! 5! 5! 5! Ja, ich wollte mit der Schaufel hacken. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich dachte, ich krieg das wieder hin. Ja, ich hole auch du die Messerskills, alles packen. Da steht einer, der braucht Hilfe. Ich. In der Nähe deiner Position ist ein Wachverladen-Kick verstrichbar. Nicht wohl, doch was? Achter! Meine Fresse! Boah, hat er gewusst, dass er geklimmt. Nehm! Der Feind hat so gut wie gewonnen. Shadow of the Wolf. Erstel 1... Nimm schrrr... Sch hassle, auch nicht mehr. Zieg über Gonz 70 nach 10 closely! Beide ich hin people. Die Gelaabs werden masc sorrow. Bes Jord ... Nach dem wie er ist. 1 Krass, ich will es loben 1 zu 5, ich will mich mal nicht so leicht Geh weg doch von mir! 8-8. Ich hätte das, dass ich bei 3-1 gestanden bin oder so. Ich hätte ein Handy gebildet. Ja, ich hätte auch gern. Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Ja, ich weiß. Ich bin auch verlaufen. Er hat jetzt raus. So, ich lasse euch einmal. Ich bin getroffen. Ah, scheiße. Mir hat es auch erwischt. Niederlage! Ja, cool. Wir haben uns nicht ganz gerissen. Aber unser Trupp war der Hammer. Wir haben den jetzt schon gestreutzt. Ah, also... Boah, Team Deathmatch, kommen wir los. Schauen wir uns noch die Endstatistik an. Und ich sehe schon wieder vor irgendeine. Leider Gottes! Nein, nicht ganz. Da müssen wir noch sagen, wie wir die ganze finden. Nein, wieso? Eine haben wir ja noch. Was haben wir denn noch danach? Äh... Äh... Sorry, Lele. Eine haben wir auf jeden Fall noch. So! Und auch Munitionierer. Danke. Danke. Reanimationen 6. Ich hab gar nicht so viel gemacht. Gut. Bad Packs! Top Reanimation mit 7. Top Heilung. Top Kill Assists. Und zweiter Platz mit Kopftreffer. Nett! Wow! Wow! Ah! Kann man lassen! Kann man lassen! War auch nicht schlecht! War nicht schlecht! Ja! Kann man lassen, persönlich. Haben wir irgendwas gewissen? Nein, haben wir nichts. Punktestand. Tippen und Endpunktestand. Zweiten Platz. Zweiten Platz mit 13,7. Kann man echt lassen! Kann man echt lassen! Okay! Okay! Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Runde. Wie die Asso! Ciao! Ciao!